Servus liebe Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von... Trek Mania United forever! Wir fahren jetzt Star Trek Grün... Äh. Coast! user ah, äh, ich erinnere mich! Danke, ja! Ehhh, auf Cuff! Ein bisschen wieder sensationell denken! Zwei Runden pro Challenge! Die Dinger, die rutschen so krass! Wieso? Cheal ichешь, ob das meinst nicht lenken? Ich glaub, du lenkst nicht! Wieso die so krass untersteuern? Ja, du fährst ja mit 100 um die Kurve, ne? Ja, die anderen fährst mit 400 um die Kurve, ne? Ja, es ist auch sehr realistisch. Woa, erster. Ey, das Wormer hat mal gereicht. Ja, sowas, geil. Das ist auch ne leichtere Strecke. Hm. Hm. Und wie war das Cup jetzt? Du fährst drei Runden, oder? Zwei. Ach, ist das jetzt was anderes? Mit Wormer auf drei. Ja. Jetzt ist es auch wieder um die Wurst, oder? Kannst jetzt, wenn du zurücktrellst, dann kannst du mal probieren. Okay. Nein, muss... Echt? Nein. Jetzt auch go nerd. Kleine Drecksauer. Gleich wieder umgelogen. Ja. Da muss man so tippeln, oder? Ist das das richtigste? Und vom Gas gehen. Bremsen ist immer... naja... Ja, vom Gas gehen ist besser, weil du dann nicht, äh, driftest. Ja. Jetzt einfach Vollgas durch! Und hängen bleiben! Ja! Ah! Erster! Wo ist denn Toni? Nicht geschafft, schade. Einmal null Punkte. Ist aber schlecht. Mhm. Ist ziemlich schlecht. Wiese ist nicht gut. Mhm. Ach komm, das war doch jetzt ne Wurscht, jetzt. Das ist jetzt aber blöd. Ich glaube, er mag Coast nicht. Mhm. Weißt du, Toni magst du Coast vielleicht nicht? Mhm. Und die Punkte werden dann am Ende zusammengezählt, gell? Wenn's richtig im Kopf haben. Nein. Achso, er doch, ja. Der fliegt da gleich mal raus, der Toni. Der Toni. Denk dran, langsam ist manchmal schneller. Äh, das ergibt gar keinen Sinn. Oh no! Kacke. Richtig verkackt. Schaff jetzt gar nicht. Was sagst du? Ja, ich bin hinter dir, du Loppen. Uff. Ich hab's nämlich auch nicht so ganz... Also ich bin... Ja, ich hab dort nochmal... Achso. Ich bin nämlich hinten aufgetitscht auf dem... Ohoah. Echt? ...auf der Umrandung, ja. Da hab grad noch reingeschafft. Krass. James Bond-Musik hier. Glaubst du genau neun Sekunden Timer gehabt haben, wo du es dazu eingeschafft hast? Ich glaub acht, aber ich glaub, der Nuller zählt immer noch höher als eine Sekunde. Wie viele Runden fahren wir jetzt drei? Ach, das war schon. Bis auf 80 hoch, oder? Ja, jetzt wieder ein Warm-Up und zwei normale und dann die nächste. Ach, das wird immer gezählt. Ja. Und es geht doch bis auf 80 hoch, oder? 64 geht's. Ah, da oben steht's, ja. Bei mir steht's nicht da. Ja, drück halt Tab. Kannst du mir mal. Dann weißt du's. Das geht dich gar nichts an, was ich hier drück. So. Hui. Aber man hat trotzdem ein Warm-Up, oder? Naja, das ist das Warm-Up. Bei jeder Strecke hast du einmal ein Warm-Up und dann zwei Runden um die Wurst. Boah, hier ist mies. Muss man echt langer rumfahren. Runter und um die Kurve. Ach, da geht's nur noch weiter. Ich dachte, das war jetzt das Ziel. Nein. Das ist das Ziel. Echt, da wo Finish drüber steht. Ja. Krass. Lesen. Es ist voll der Lifehack. Lesen. Ja, haha. Lesen. Das hab ich in der Schule nicht gelernt. Merkt man. Öh. Öh. So. Mit O. Genau. O und U. Wichtig. Achso. So mit Ö. Nein. So, ihr Quarktaschen. Nicht rutschen. Was halt auch tödlich ist, ist das dauerhafte Lenken. Da brauchst du gar nicht mal Gas geben. Den Maul so rüber. Ja. Stehst komplett quer. Feste quer siehst du mir. Hallo. Ich hab mich, Ipims. Der Rausfaller. Du hast mich. Jetzt hast du mich. Hast du mich? 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 Ja. Es kann mal lustig sein, aber... Nee. Das ist nicht so mein Wetter. Ich find Rallye lustiger. Dein Wetter. Ja. Rallye ist cooler. Das ist die Abwechslung, würde ich mal sagen. Rallye ist cooler. Rallye, da glaub ich sind alle zufrieden. Ja stimmt. Oder hier Snow ist auch Hammer. Mag ich auch. Snow ist scheiße. Echt? Ja. Snow Hammer. Das Ambiente... Das Ambiente ist cool, aber zu fahren ist scheiße. Findest du? Ja. Ich find Snow der Hammer. Ist da. Ich hab auch mal gehoopt, ne? Mhm. Ich kann nicht mal hupen. Meine Hupen sind weg. Haha. Ne. Depp. Das war's schon mal, oder? Egal. Ich will's nicht weiter kommentieren. Nochmal. Nächste Strecke. Was? Nein, nicht nochmal. Nächste Strecke. Na, sag ich doch. Ach komm du. Wie er immer zuerst drin ist. Ja, muss natürlich noch sein. Was? Ihr seid auch noch nicht? Nee, ihr seid noch nicht. WTF? Erst wenn du schon drin bist. Achja stimmt. Ich bin ja der Horst. Hahaha. Bist der Horst. Ich bin der Horst. Der vollhorst. Ha ha. Ja! Ui 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 Ai 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 Uhuhu Wenn man einmal rutscht, dann isst man sofort wieder hin у, rechts is gefährlich, da is aber auch Leck da auch drin Brum Brumm Hm! Die Strecke mag ich. Nein. Ist okay. Du wirst dich zeigen. Zähl mal in zwei Runden. Ja, genau. Was? Ja, genau. Das ist Asma oder Leidenschaft. Mhm. Also, jetzt müsstest du dich ein bisschen ranhalten, sonst ist die Runde vorher vorbei. Ja, wer ist wohl nicht erster? Spaz. Das ist einfach. Njuu. Das Schlimme ist nur, dass man den Sound von anderen Spielern hört. Ja. Da weiß man nicht, rutscht man jetzt selber oder nicht? Das ist... Ja. Ich lass' bleiben. Der Coaster ist echt nicht meins. Ist echt überhaupt nicht meins. Oh nein, oh nein, oh nein. Ja. Ja. Effe Bonk. Ja. Ja. Das ist einfach so. Sammhaus. Immerhin. Je, 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 je. Nee. Ui. Das ist vorbei, bevor es für mich anfängt. Joa. Ja, aber ihr habt zusammen nicht mal mehr Punkte. Ja, ja. Aber gleich viele. Nein. Doch. Nein. Doch. Doch. Das war ein Blödsinn. 46 zu... 50. Was war denn das jetzt? Voll rausgepürftet. Guck mal, ob Blödsinn labert. Bist du Zweiter, Toni? Erster. Ja. Ja. Was war das denn jetzt? Ja, ich wollt nur das zu Toni erst damit. Ja, aber warum? Ja, so halt. Ja, ja, ja. Ja, weil du bist so'n Underdog grad. Underdog. Ja. Du bist schon Underdog. Quasi Minuspunkte, wenn das geht. Der Unterhund. Ja. Der Unterhund. Du... Wow. Wuff, wuff... Who let the dogs out? Who... 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 Du... Und jetzt haben wir zusammen mehr Punkte. Iaah, Iaah. Das stimmt. Ja, das muss ich sagen. Ja. 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 Martinameos. Was? Wenn ich einmal Erster werde ist vorbei. Ja, darfst du doch nicht Erster werden. Sonst einfach. Ist nicht nett. Alter. Boah, ich seh nix! Toli, du bist mir im Weg! Die war cool, oder? Ist mit dem Dach wohl cool, ja. Ja. Ich hab aber nix gesehen. Auch cool, oder? Mhm. Ja. Oder? Boah, da hat's echt voll was rum drüben. Hier nicht mehr. 200. Sneasen. Zack, mach da ne quer... quer rüber. Nicht verziehen. Das siehst du mich so komplett rechts abbiegen. Schafft er nicht, schafft er nicht, schafft er nicht. Ja doch. Laber scheiß. Die ist witzig. Na aber kein Kaber. Mhm. Außer da auch irgendeine Strecke rumgebaut, aber die macht überhaupt keinen Sinn. Das ist Chaos. Hm. Din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din. Mhm. Am Anfang waren wir bis auf dem Gas, gell? Bis man darüber klug ist. Immer noch. Ja, ist auch geil. Die waren deshalb der Tod. Da bist du aber auch. Schnell. Mhm. Also, eigentlich nicht, aber... Aaaaah. Joach! Die sind aber auch so schwammig. Hahahaha. Verlachter. Ja, das fahren wir noch zu Ende in die Runde. Ja, aber sowieso. Oh, ja stimmt. Aha. Ich glaub die nächste Runde kann man auch noch fahren. Ich glaub nicht, ne. Ich glaub nicht, ne. Was hat er irgendwo gemacht? Tja. Hä? Ja. 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 Ja, das geht, aber nicht mit unseren Punkten aktuell. Ja. Das... Ich check nicht, wie der Seppi so gut fangen kann. Äh... Also, es würde noch gehen, dass einer für die Lust wird, außer wenn ich jetzt nicht mehr Dass er in der ersten... Bremse. Ja, Bremse. Nöööö. Oh mann, schade. Ja, ganz schenken kann ich sie nicht. So weit war ich gar nicht weg. Ah, erster! Oita! Ich bin zweiter! Jöööööö. Jetzt sehen wir die letzte Runde gar nicht. Weil du zu schnell bist. Ciao! Ja, toll gemacht! Weil ihr zu scheiße seid. Danke dir, Serpiger! Toll gemacht! Aber der Toni ist noch Zweiter. Haha, der ist ja lachter. Haha, lustig. Oh, jetzt sehen wir sie doch noch. Ja, jetzt sehen wir sie noch. Fahre mal eine Wormer-Runde noch. Joa. Und dann ist Ende, oder wie? Ja, dann bin ich die Erste wert. Check ich jetzt auch gar nicht. Das geht doch vorhin los, krass. Man kann die, glaub ich, fahren, bis man alle Finalisten sind. Nee, das geht doch vorhin los. Schau mal auf die Punkte. Ach so, okay. Die kenn ich aber. Mein ich zumindest. Schlagloch. Stimmt kennst du die. Und runter, oder? Nein. Nein. Ach man. Ah, da gehst du noch weiter. Ich dachte, das wär das Ziel. Ich sag's auch. Dommi, wir sind gleich auf. Wir machen das. Dommi, innen. Dommi, grad aus. Ich schaff's nicht mehr. Ich schaff's nicht mehr. Ich schaff's nicht mehr. Dommi, rechts. Dommi. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Ja, ja. Gut. Alles klar. Dann sehen wir uns, glaub ich, das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss. Musik Untertitelung des ZDF, 2020